Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Dinkum. Ja, im Moment jetzt nur noch jeden zweiten Tag, weil ich mir noch ein anderes Spiel anschauen wollte. Also werden wir diese Woche nicht ganz so weit kommen, aber macht ja nichts. Shit, ich habe es verkehrt herum hingestellt. Achso, nein, doch nicht. Doch, Hammer. Müsst ihr euch da noch zu? Oh, gut. Es ist noch zu früh. Hi, Irwin. Brauchst du irgendwas? Something to eat. Und was magst du? Ich gebe dann so laut. Mal schauen, ob du den magst. Ich mag keine Ahnung. Hm. Ob das jetzt das richtige ist, weiß ich nicht. Achso, du hast gar nicht mehr. Du bietest mir also im Moment nur Hühnchen an. Ja gut, das brauche ich jetzt nicht. Da ist sie. Jippie. Haben wir zuvielgeweise noch andere, die einziehen wollen? Okay. Ah, jetzt können wir das endlich aufwerten. Das ist cool. Eine goldene Känguru-Statue. Das ist doch süß. Okay. Moment, Moment. Die goldene Känguru-Statue, die müssen wir auch stellen. Die kommt hier hin. Äh, da ist, ähm, da ist, ähm, da ist immer der Büscher mit. Da, ja. Moment, da gehört es doch wunderbar, ja. Äh, nein, das war mein, ähm, nein, ähm. Ähm, man sollte auch das Richtige nehmen. Aber der schaut auch gut aus. So, haben wir eine goldene Statue. Ich ziehe jetzt schon auf. Hm, nein. Was brauchst du zum Erweitern? Also, Gumbud, Hardwood, Eisen, Copper, Tinsheet. Ne, das ist eigentlich gar nicht mehr so viel. Müssen wir schauen, wenn wir das Eisen haben könnten, das eventuell gleich fertig machen. Drei, aber wir können noch einen machen. Gut. Hm, hm, Hardwood. Oh, wir haben zu wenig Hardwood. Gut. Gumbud. Hardwood müssen wir definitiv besorgen. So, das können wir mal rausgeben. Kupferbarren brauchen wir auch, Nägel brauchen wir auch. Zu wenig Nägel. Mach mir bitte Nägel. Mh. Cheesemaker. How much is this milk bucket? Mh. irgendwas habe ich jetzt das team sheet genau also schauen wir mal was jetzt noch fehlt nur noch die blanken gut machen die gehen da rein das geht hier rein kacke glaube ich kommt gut ich glaube ich brauche generell ein bisschen holz da können wir mal aufstellen dass ja gefällt mir und vor allem können wir dann das was da ist raus tun und alles ins haus bringen die zweckseite kommen daher danke und wir haben hier eine leere kiste so ich brauche holz 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 danke schön 이 das creo ist es ist es ist es ist ich mache Ja mal Salat. Stinkkever. ok das kann man auch noch nie mal das kann man auch nie mal okay da drüben fleisch rum ok 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 ich wusste doch hier war was 26 sind aber auch noch nicht die menge ja Und jetzt kommt es noch ein bisschen weiter. Ja. 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 Ich habe mir den gerade irgendwie vermehrt. Wir haben im Moment genug abhauen irgendwo dahinten war doch noch was oder? Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja! Ja, 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 dass sie sehr sind. Okay. Okay, das reicht. Danke. Ich bekomme halt auch noch ein bisschen Geld. Ah, es sind wieder Steine, die ich hören muss. So, hätten wir das auch erledigt. Gut, die kann man mal weg tun. Wir haben 34. A pine tree, ja. Du bist so laut, Libella. Du bist so laut, Libella. Amati wahrscheinlich nicht. Aber nehmen wir es mal mit. So, einmal bitte nach Hause. So. Konfirm. So. Warte mal, bevor wir das machen. Gehen wir da kurz einmal das rein. So. Gehen wir da noch kurz das rein. So. Und jetzt gehen wir mal zum Theodore. Hi, Theodore. Hast du? Hast du irgendwas, was du brauchst? Danke. Schauen wir mal, ob wir irgendwas haben für dich. Nein, leider nicht. Du kennst das alles schon. Schade. 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 Ja, gut. Stinkbox-cam auf jeden Fall. Der Mauer auf jeden Fall. So, ist die jetzt endlich da? Ja. Hi. I want to chat. Natürlich nehme ich dir das Business Shirt ab. So, wir haben jetzt Herbst. Oh ja. So. 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 See, Pumpkin Seeds. Im Herbst. Okay. Wir haben gerade Herbst, wenn, dann probieren wir es jetzt. Auch im Outen. wir probieren schon mal im winter wir probieren schon mal ich muss ich erst dann habe ich eine habe so eigentlich wollte ich zum john brauchst du irgendwas von dem was ich habe sorry jetzt nicht mal also ich hätte für dich das da erst da das da das da das war ja immer wieder gerne also hier ist man hier kommt der weg wie breit machen manchmal drei oder zwei zwei breit gemacht also nix weg weg nix da könnten wir anfangen ja wobei warte mal ich brauchte nicht alles platz nur die pumpkins brauchen platz cornseeds cool er kommt sofort mit der gießkanne das finde ich super kommen alle gießen jetzt sind schon zu dritter warte lasst mich doch wenigstens mal einsetzen leute man die da schon lauern wann das nächste kommt ich zähl mit euch ich zähl mit euch wer will gießen so und jetzt brauchen wir noch sechs wo rundherum platz ist wie wäre es wenn matti hier also einmal zwei mal es war zu wenig platz das ist eigentlich zu wenig platz haben wir irgendwo mehr platz ja nur wenn ich die bäume da weg mache ich meine die kommen zwar weg platz platz hier platz platz hier ich hoffe ihr gießt die auch noch bist du gerade in mein haus so da kommt das rein da ist glaube ich die hose so das heißt die townhall kann man jetzt eventuell auch noch gleich fertig bauen so gehen wir es mal hin ich glaube nicht das reicht ja bitte eine ordentliche townhall cool ok ok so so rein da angekehrt so ich sah man blümchen ok ok gut da ist schon wieder leer ich gehe gleich noch schauen ob sie es bewässert haben ja haben sie sehr brav von euch danke ich sage ich dann wieder bis übermorgen ja und dann sehen wir wie gut wird die neue townhall ach schau hoffentlich nein wahrscheinlich morgen noch nicht also wahrscheinlich erst beim nächsten mal Ich sage mal Tschüss, John. Baba.